Ordentliche erste Halbzeit von Ihrer Mannschaft, zweite war wenig. War das der Abschied von der Meisterschaft heute? Ich glaube, wir brauchen uns keine Gedanken um die Meisterschaft mehr machen, sondern jetzt erstmal, so wie wir die letzten Wochen auch auf uns konzentrieren. Wir wollten hier heute punkten, das ist uns nicht gelungen und jetzt müssen wir erstmal um die Champions League Plätze wieder kämpfen. Das ist im Moment, glaube ich, kein Thema, wenn du so ein Spiel verlierst, dann brauchst du nicht von der Meisterschaft reden. Wir haben heute die erste Halbzeit bestimmt, haben riesige Tormöglichkeiten, haben die nicht genutzt und machen einfache Fehler bei den Gegentoren. Es ist unglaublich, dass du so ein Spiel verlierst. Also im Moment, glaube ich, ist es nicht unsere Aufgabe, da hinzuschauen. Ich denke, dass wir weiter Punkte holen müssen und dann schauen wir, was daraus kommt. Der Abstand ist natürlich riesig und das wird schwer, das noch aufzuholen. Verabschieden muss man sich nie, denke ich, nach 15 Spielen, aber wir haben es selber sehr schwierig gemacht. Ich denke, dass wir immer in der Lage sind, eine Serie von 10, 15, vielleicht 20 Spiele hinzulegen. Aber das wird sicherlich sehr schwer. Jetzt müssen wir um die Champions League kämpfen. Jeder will in die Champions League und der FC Bayern gehört auch in die Champions League.